ich wünsche euch einen guten tag und willkommen zu einem neuen video heute spielen wir clash royale werden die kleinen trot 2 ist mir gerade aufgefallen und ja ich werde eine klassische starten und direkt einen kampf ich habe schon ewig nicht mehr gekämpft also nehmt es mir nicht übel wenn ich jetzt wirklich so viel richtiger aslac spiele man 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 bitte hat er keinen zap bitte hat er keinen zap bitte hat er keinen zap mein gott er hat einen zap er hat einen zap er hat einen zap oh jange ok nein 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 ja komm geht kaputt geht kaputt zack zack ja ok das ist auch nicht so effektiv jetzt ja weil mein musketier jetzt von hinten rein lunzt zack ja gleich ist der down ja ich kann nichts machen fuck ja der holt mein tower zwar nicht aber trotzdem scheiße kann der knall mal los ich wollte gerade sagen alter nee mhm me mein me inte me 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 mhm me me Ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass der noch meinen Turm holen wird. Beide Türme. Weil jetzt... Doch, egal. Willi? Nein, ich hab Kotzkletter mir gesetzt und ich setz eine Sekunde dazu spät. Als ob. Ja, zweiter Turm. Oh, jetzt hab ich den Eisgeist eingesetzt. Aber war eine gute Idee. Nein, 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 nein. Aber gut. Wir haben das erste Spiel direkt gewonnen. War nicht ganz easy, aber wir haben es. Zwei kleinen Kronen geholt. Und jetzt noch eine Krone, dann hab ich auch wieder eine Kronentruhe. Das senkt schon wieder meine Stimmung. Fackt schon ab. Nein, warum? Ja, ja, ja. Ja. Jetzt hat er keinen Feuerball. Ah, ja, ja, komm her. Komm noch her. Komm her. Alter. Ey, nö, 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 alter, nee. Damit komm ich schon mal gar nicht in Vertrag. Mann, Mann, Mann. Nein, oh, nein. Oh, nein. Zack. Gleichzeitig. Zack. Fack, 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 fack. Aber gut. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich kann mich hier, muss mich hier konzentrieren auf... Erst muss ich mich konzentrieren auf das Spiel und zweitens noch aufs Kommentieren. Macht auf jeden Fall echt Spaß. Locker, der macht jetzt das und... Oh, ich wusste es. Oh, mein Gott. Oh, Mann, ey. Geh weg. Blüder, fack, Riese. Ey, Leute. Komm, Mann, Alter, was geht, nee. Komm, Mann, Alter, was geht, nee. Verlieren will ich nicht. Also es wäre nicht schön, jetzt noch so kurz vor der Kronentruhe noch reinzuscheißen. Komm. Das gewinne ich noch. Ach, boah, nee. Och, nee. Oh, nee. Oh, nein. Oh, nein. Damit komme ich gar nicht in den Vertrag. Dann gibt's Krieg. Das sage ich dir gleich. Ja, Level 11, was soll man machen, ne? Was soll man machen, Level 11? Ach, Mann, Alter, geht doch einfach weg. Ey, Mann, ey, was kann der Typ eigentlich? Ah, wenigstens verliere ich nicht. 5, 4, 1, 2, 1. Okay, ich verliere echt nicht. Oh, mein Gott. Oh, ein paar Millisekunde. Millisekunde länger. Das hätte ich verloren. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hatte irgendwie Hoffnung auf irgendwas Cooles. Vielleicht ein Executioner. Das hätte ich immer noch nur auf Level 1 Sub, Mann. Das kann eigentlich nicht wahr sein. Das Einzige, was mir fehlt, hat eigentlich noch... 8 Legendaries von 10. Ja, schon ziemlich scheiße. Alter, wo sind meine Elite-Berwaren? Oh, mein Gott. Komm, da ist jetzt ein Golem vor den... Ah, egal. Nein, das nicht. Nein, nein. Nein, nein. Als ob der hat Executioner Level 4. Ja. Natürlich auch eine Legendary. War ja auch klar. Denn jeder hat ein paar Legendaries. Und da komme ich mit zwei. Dann gibt's Krieg. Das sage ich dir gleich. Also, ich sagte ihm das jetzt schon. Der kriegt auf jeden Fall Krieg ins Mull. Der kriegt Krieg mit mir. Der... Der... Mann, gar keinen Bock, jetzt wieder zu... Äh, jetzt zu verlieren. Gar keinen Bock. Null. Gar nicht. Erstmal... Erstmal... Ich bin sauer. Ich bin sauer, weil es um meinen Haushalt geht. Ich bleib jetzt nicht sachlich. Denn jetzt wird meine Sache angehört. Zapp. Ich sehe das nämlich gar nicht ein. Nein, er hat das Zelt zurückgeschubst. Wichtige. So, zack. Hm. Ein Hitz am Turm, ja. Ja, gut, okay, los. Was, 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 was? Schnell. Dann, wenn er gerade... Der hat kurz verlassen. Locker nur ganz kurz. Du musst gerade irgendwie neu starten oder so. Nutze ich das mal ganz, ganz, ganz fies aus. Komm, schnell. Oh, mein Gott. Richtig lucky. Ja. Daumen hoch. Oh. Ja, aber... Oh, Gott, Ruhe. Geil. Und dann normaler Kampf. Lol. Ich wusste gar nicht, dass sie zwei Accounts hat. Einmal der Name vorne. Danach der Name hinten. Digga, was. Und dann ein Sky ist dazwischen. So. Er kriegt einen Hit ab. Okay, einen Hit. Okay, 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 der Level 10, aber... Ja, ne. Keinen Bock jetzt, die paar Skelette zu verteidigen. Ich bin kein Bock. Ja, ist klar, ne. gar keine Lust, gar keine Lust, gar keine Lust auf verlieren jetzt aber na gut wir haben die ganze Zeit gewonnen 2 Kämpfe also ich will mich ja nicht beschweren ich hab nur eine Bitte an dich Golem, lauf nicht nach rechts er hat meine Bitte erfüllt ich danke, ich danke ihm nein, nein, ich hasse ihn ja, der Turm ist eh down so toll, dass mein Akku jetzt leer ist fast, der ist ja, Kampf endet in bla 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 in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ja war doch klar ja, aber man hat es ja am Anfang der Runde gesehen, dass ich verliere also insgesamt, also mein erster Eindruck als den Typen das erste Mal gesehen habe hochnäsige Zicke ja, ich nutze viele Andreassprüche in dieser Folge aber ich find sie halt auch einfach so geil so 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 komm ja, ok, ja ey ok nächstes Mal gehen wir jetzt so wenig Leben und dann kommt locker nur ne ok 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 ich dachte jetzt kommt so ne tanky Truppe ich bin bereit für die Skelettarmee denn der Typ ist mir egal egal is me oh Gott ok ok oh oh ja gar nichts reagieren ist gar nichts nötig man muss nicht reagieren nicht unbedingt man hat ja keinen Zwang komm komm ok das war doch dumm sonst kriegen wir ein riesengroßes Problem und das ziehe ich auch gar nicht dahin aber na gut weiter geht's oh ok jede Barbarians locker das hier oh ich dachte jetzt setzt der hier Skelettarmee aber ich hab schon die Richtung hab ich ganz gut calculated aber gut ja rasieren ja 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 der Riese ist weg ja sagt mir eigentlich komm golem number two ja ok dann kommt doch noch inferno turm number two kommt direkt hinterher kommt hier number three number four number five number seven so ok jetzt ist der Turm weg ja ich würde ihn auslachen so ich will dich ich will dich auslachen du hast es einfach verdient ausgelacht zu werden er hat halt einfach Pech und von so einer hochnäsigen Zwecke lasse ich mir auch nicht in mein Spiel reden das finde ich gar nicht gut denn man sieht es ist doofs im Haus ja kein Bock mehr ei wenn man nichts gegen Lumberjack oder so hat also nichts in der in der scheiß Starterhand ich hätte ja was aber nö Starterhand sieht gar nicht ein ja ein Skeletter oh meine Mutzkeltier zack, 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 zack vielleicht bisschen gewasted das Kampf als ja aber exe Fick Yuna ja ja ok Leute wartet mal kurz ich werde kurz mein Handy ans Ladekörbel stecken wir sehen uns dann nach einem kurzen Cut so Leute da bin ich wieder nein 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 das reicht's mann hier gar kein Bock mehr diesen Typen warum leckt es jetzt eigentlich so das kann doch nicht wahr sein mann 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 Frau 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 alter aber gut aber gut Turm is down es ist doch einfach nichts gegen die Lieterbebahn es würde uns allen am besten tun und es hat die Läufe wird es dann noch passieren ist das die Läufe anbietende kann man der Läufe anbietende zusammen aber wurde trotzdem hat man einen der Läufe anbietende Schnellkampfholz, Schnellkampfholz Ja Ey ja Okay Alter, wie ich ihn weggereckt hab Nicht Das war einfach voll glücklich, dass ich noch mein Kampfholz Ready hatte Aber egal, Leute, ich würde sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal Folgt mir auf Instagram Ciao Ciao